Wir kommen nun, wie besprochen, zum Tagesordnungspunkt 1, Fragestunde, mündliche Fragen. Wir beginnen mit der Frage 554. Das ist der Kollege Merz. Bitte schön, Herr Kollege. Ich frage die Landesregierung, welche rechtlichen Möglichkeiten bzw. Hindernisse sieht sie bei der Festsetzung eines landesweit einheitlichen Elternbeitrags für Kindertagesstätten? Herr Minister, in erster Beruhe sagen. Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, bei der Kinderbetreuung in Hessen handelt es sich um eine Aufgabe, die in die originäre und abschließende Zuständigkeit und damit Finanzierungsverantwortung der hessischen Städte und Gemeinde fällt. Das Land unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung, indem es Mittel nach dem hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch in Höhe von jährlich durchschnittlich 434,5 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Über die Höhe der Beiträge entscheiden grundsätzlich die Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die kreisangehörigen Gemeinden sind ermächtigt, Teilnahme- und Kostenbeiträge für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege festzusetzen. Die Träger der freien Jugendhilfe können Entgelte aufgrund privatrechtlicher Vereinbarung mit den Eltern festlegen. Allerdings legen die Gemeinden im Rahmen ihrer originären kommunalen Zuständigkeit für den Bereich der Kinderbetreuung den Umfang und die Ausgestaltung der kommunalen Finanzierung der Kinderbetreuung fest. In diesem Kontext nehmen sie unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf die Höhe der Elternbeiträge, da bei der Finanzierung ein bestimmter Anteil für Einnahmen durch Elternbeiträge zugrunde gelegt wird. Vor diesem Hintergrund wäre die Festsetzung eines landesweit einheitlichen Elternbeitrages für Kindertagesstätten zu beurteilen. Nach § 74a 8 des Sozialgesetzbuch haben die Länder grundsätzlich einen Gestaltungsspielraum bei der Regelung der Finanzierung in der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Festsetzung einheitlicher Elternbeiträge durch den hessischen Landesgesetzgeber würde jedoch unmittelbar in die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden im Bereich der Kinderbetreuung eingreifen. Wie dargelegt tragen in Hessen die Kommunen die Verantwortung für die Kindertagesbetreuung. Hiermit geht ein Gestaltungsspielraum, der die Ausgestaltung der Finanzierung der Tageseinrichtungen umfasst, einher. Die Festlegung eines Finanzierungsanteils durch das Land widerspricht dieser umfassenden Gesamtverantwortung. Wie sich eine solche Regelung auf die Finanzsituation der Gemeinden in ihrer Gesamtheit auswirken würde, hinge von der konkreten Ausgestaltung einer Regelung ab. Aufgrund der kommunalen Verantwortung verfügt das Land auch nicht über die erforderlichen Kenntnisse für die Bestimmung eines angemessenen landesweiten Elternbeitrages. Diese Kenntnisse liegen vielmehr in der jeweiligen Gemeinde bzw. bei den Trägern der Freien Jugendhilfe vor, die für diesen Bereich die originäre Zuständigkeit haben. Bei der Ausgestaltung von Finanzierungsregelungen nach § 74a 8 des Buchsozialgesetzbuch hat der Landesgesetzgeber zudem das Gebot der Pluralität der Jugendhilfe zu beachten. Danach muss die Pluralität der Träger und Inhalte gewährleistet werden, um letztlich dem Wunsch und Wahlrecht der Eltern nach § 5 SGB 8 Rechnung tragen zu können. Eltern haben danach unter anderem das Recht, zwischen Einrichtungen verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung zu äußern. Die Landesregierung hält daher die Festsetzung eines landesweit einheitlichen Elternbeitrags für Kindertageseinrichtungen aufgrund eines unterschiedlichen Angebotes, das das Pluralitätsgebot und das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern berücksichtigt und nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Kostenstrukturen letztlich nicht für zielführend. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, darf ich das so zusammenfassen, dass Sie es für unzweckmäßig, aber für rechtlich nicht ausgeschlossen halten? Herr Staatsminister Grüttner. Sie haben die Gabe, Herr Abgeordneter, das, was ich lange ausgeführt habe, in fünf Worten zusammenzufassen. Herr Kollege Merz, weitere fünf Worte? Ich stelle Ihnen eine Frage, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Würden Sie das Gerücht dementieren, dass die Landesregierung bei der Erstattung der Freistellung von Kindertagesstättenbeiträgen zukünftig auf eine Spitzabrechnung und nicht mehr auf eine Erstattung von real erhobenen Kindergartenbeiträgen setzt, statt wie bisher auf eine pauschale Regelung? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Landesregierung nimmt zu Gerüchten grundsätzlich keine Stellung. Bevor wir weiterfahren, darf ich auf der Bühne herzlich begrüßen unsere schöne Kollegin Frau Ilona Dör. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ich rufe auf die Frage 555, Herr Kollege Schaus. Ich frage die Landesregierung. wird die beabsichtigte Flucht des Hessischen Verbandes für Leistungs- und Qualitätsprüfung in der Tierzucht aus der betrieblichen Altersversorgung der VBL, die durch Auflösung und Neugründung des Verbandes vollzogen werden soll, seitens der Landesregierung unterstützt oder sogar genehmigt werden. Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schaus, zunächst einmal ist der Verband ein eigenständiger Verband, bei dem wir nichts zu genehmigen haben, was seine wirtschaftliche Tätigkeit angeht. Zur Sache selbst. Die Regelung der Altersversorgung der beim Hessischen Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört zu den originären Arbeitgeberaufgaben des HVL. Der Verband ist als Arbeitgeber Mitglied in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL in Karlsruhe. Hierdurch sichert der Verband eine Zusatzversorgung zur Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung für seine Beschäftigten. Der HVL-Vorstand hat in der Mitgliederversammlung am 19. April 2016 seine Mitglieder über die hohen Kosten durch die Zahlung von sogenannten Sanierungsgeldern seitens des Arbeitgebers informiert, die Teil der Finanzierung der Zusatzversorgung bei der VBL sind. Bereits seit mehreren Jahren laufen Gerichtsverfahren des HVL gegen diese von der VBL geforderten Sanierungsgelder. Die mit der VBL-Mitgliedschaft verbundenen Kosten erschweren seit Jahren eine vom HVL und anderen Landeskontrollverbänden angestrebte Kooperation über Landesgrenzen hinaus. Diese Kooperation hätte gerade angesichts der aktuellen Milchkrise große Vorteile für die HVL-Mitgliedsbetriebe und die gesamte hessische Landwirtschaft. Angesichts der Tatsache, dass die Weiterentwicklung des HVL vor allem durch die übermäßigen Belastungen durch die Mitgliedschaft in der VBL erschwert wird, überlegt der HVL aus der VBL auszutreten und die zusätzliche Alterssicherung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Mitgliedschaft in der VBL sicherzustellen. Es liegt im Interesse der Landesregierung, dass eine sachgerechte und sozialverträgliche Lösung im Interesse der gesamten hessischen Landwirtschaft und der beim HVL beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden wird. Zusatzfrage, Herr Kollege Schaus. Frau Ministerin, wie erklären Sie sich denn die Aussage des Geschäftsführers des HVL in dieser Mitgliederversammlung? Ich zitiere wörtlich. Die Auflösung bedarf auch der Zustimmung des Landes Hessen, weil Sie ja gesagt haben, das sei nicht zustimmungspflichtig. Frau Staatsministerin Hinz. Die HVL will ja statt einer Auflösung den Austritt des HVL aus der VBL prüfen. Das scheiterte in den vergangenen Jahren daran, dass für diesen Fall die VBL mit hohen Gegenwertsansprüchen für die dauerhafte Finanzierung der zum Zeitpunkt des Austritts vorliegenden unverfallbaren Versorgungsansprüchen droht, die nach Einschätzung des HVL zur Insolvenz des Verbandes führen würden. Der HVL hat daher das Ministerium, also mein Ministerium, um Unterstützung gebeten. Diese Unterstützung könnte eine Landesbürgschaft sein für die geforderte Gegenwertzahlung. Die Entscheidung über eine solche Unterstützung kann aber erst getroffen werden, wenn das vom HVL bei der VBL erbetende Gutachten zur Höhe der Gegenwertforderung vorliegt. Dann muss die HVL eine Wirtschaftlichkeitsanalyse machen und dann erst könnten wir weiterreden über die Frage, welche Unterstützung für die VBL gewährleistet sein könnte. Zusatzfrage, Herr Schaus. Frau Ministerin, nimmt die HVL öffentliche Aufgaben wahr, die ansonsten Bedienstete des Landes Hessen wahrnehmen müssten? Frau Staatsministerin Hinz. Also, weil die VBL ja wichtige Aufgaben für die Landwirtschaft wahrnimmt, wollen wir auch gerne, dass die HVL natürlich weiterhin ihre Geschäfte führen kann, und zwar zugunsten der hessischen Landwirtschaft. Und deswegen sind wir in Gesprächen, wie die Geschäftstätigkeit des HVL weitergeführt werden kann. Frage 558, Herr Kollege Schaus. Ich frage die Landesregierung. hat das Frühwarnsystem MivoTerm zur Verhinderung von gefährlichen Vogelschlägen in der Anflugschneise der Nordwestbahn am Frankfurter Flughafen seit seiner Inbetriebnahme 2011 jederzeit fehlerfrei funktioniert. Herr Staatsminister Al-Wazir. Der Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Verkehrsflughafens Frankfurt-Main vom 18.12.2007 legt verbindlich fest, dass die Fraport AG zur Überwachung des Vogelzuges Mainauf und Mainabwärts ein bildgebendes Verfahren einzusetzen hat. Damit kann unter Einhaltung ausreichend langer Vorwarnzeiten vor Vogelschwärmen im Bereich der Kreuzung der Anfluggrundlinie der Landebahn Nordwest mit dem Main gewarnt werden. Diese Regelung setzt die Fraport AG mit dem System MivoTerm um. Das System ist seit der Inbetriebnahme der Nordbahn, also für die Anflugrichtungen 07L und 025R, seit Herbst 2011 in Betrieb und erfüllt die Vorgaben vollumfänglich. Zusatzfrage, Herr Schaus. Herr Minister, warum wurden anstatt der seinerzeit fünf vorgesehenen Messstationen aber nur drei in Betrieb genommen? Ist dies ausreichend für die Sicherheit? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter, ich hatte Ihnen schon in der Kleinen Anfrage mit der Drucksache 19-33757 umfänglich zum Thema geantwortet. Aus unserer Sicht ist klar, dass die Fraport AG die Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses einhält. Dass das System funktioniert, die Fraport AG plant, ein anderes System, das wissen wir, zum Ersatz von MivoTerm einzusetzen. Aber solange das nicht in die Realität umgesetzt wird, gehen wir davon aus, dass MivoTerm weiter betrieben wird. Das ist nicht nur etwas, was wir alleine machen. Da hat auch die Deutsche Flugsicherung ein Wort mitzureden. Nach meiner Kenntnis hat es seit 2011 keine Probleme gegeben. Zusatzfrage, Herr Abg. Schaus. Herr Minister, können Sie mir erklären, warum nur inländische Fluggesellschaften im verbindlichen Meldesystem für Vogelschläge Meldungen machen müssen und ausländische anfliegende Fluggesellschaften auf Rhein-Main nicht? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Schaus, das ist mir nicht bekannt, aber ich gehe einmal davon aus, dass sozusagen jedes Flugzeug, was einen Vogelschlag erleidet, in Anführungszeichen, dieses natürlich der Kontrolle des Flughafens meldet. Wenn Sie sich die Realität in den letzten knapp fünf Jahren betrachten, ist mir nicht bekannt geworden, dass es dort größere Probleme gegeben hätte. Frage 559, Herr Abg. Rock. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie dem Landtag den Landessozialbericht vorlegen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, in der zweiten Hälfte des Jahres 2017. Ich frage die Landesregierung, wann werden die für Mai angekündigten Maßnahmenvorschläge für den Klimaschutzplan vorgelegt werden? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, die Maßnahmenvorschläge für den Klimaschutzplan sind seit dem 10. Mai 2016 online über die Seite www.klimaschutzplan-hessen.de einsehbar. Die Öffentlichkeit hatte bis zum 17. Juni 2016 die Möglichkeit, die derzeit 152 Maßnahmen des Klimaschutzplans über die Internetseite zu kommentieren. Insgesamt gab es in dem Zeitraum 936 Kommentare. Zudem gab es weitere zielgruppenspezifische Formate für Bürgerinnen und Bürger zur Kommentierung der Maßnahmen auf dem Hessentag am 22. Mai und mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierungspräsidien am 30. und 31. Mai. Ein Unternehmensforum für die hessische Wirtschaft fand am 10. Mai statt. Die Maßnahmen sind Vorschläge des Fachkonsortiums unter der Leitung des Öko-Instituts, welches den Klimaschutzplan im Entwurf erarbeitet hat. Die offizielle Ressortabstimmung beginnt nach der Sommerpause Ende August 2016. Das Kabinett soll Ende dieses Jahres den Klimaschutzplan beschließen. Vielen Dank. Ich rufe die Frage 561 auf. Frau Abg. Löber. Welche Ausnahmeregelungen gibt es für kleine Dienstleistungsunternehmen, die sich eine Umstellung des Registrierkassensystems auf eine Sicherheitstechnologie, die keine nachträglichen Veränderungen an Kassenaufzeichnung ermöglicht, finanziell nicht leisten können? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abg. Löber. Ich gehe davon aus, dass sich Ihre Frage auf das Gesetzgebungsverfahren zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen bezieht. In dem Gesetzgebungsverfahren war bis zum heutigen Tage nur der Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium bekannt. Dem Vernehmen nach hat heute das Bundeskabinett den Kabinettsentwurf beschlossen. Dessen Inhalt kann ich Ihnen aber sozusagen auch nur über Zweitwiedergabe schildern. Allerdings ist beiden Gesetzgebungsverfahrensstadien gemein, dass es eine Sonderregelung mit umsatz- oder ertragsabhängigen Übergangsregelungen nicht gibt. Nicht gibt. Dann kommen wir zur Frage 504. Ich frage die Landesregierung, an welchen Standorten von Schulformen bestehen derzeit Intensivklassen, auch wenn der Unterricht dieser Klassen schulformübergreifend stattfindet? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Degen, mit Zuweisungsstand Juni 2016 sind an den allgemeinbildenden Schulen 882, an den beruflichen Schulen in der Sekundarstufe 2 354 und in Sprachförderkursen an Schulen für Erwachsene in der Sekundarstufe 2 23 Lerngruppen eingerichtet, also eben entweder Intensivklassen oder InteA-Lerngruppen beziehungsweise eben dann Sprachförderkurse an den Schulen für Erwachsene. Ich konnte mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass Sie möchten, dass ich alle diese 1.259 Standorte einzeln vortrage. Ich habe Ihre Frage daher so interpretiert, dass Sie eine Aufschlüsselung der Standorte nach Schultypen wünschen. Ihrem Kopfnicken entnehme ich, dann habe ich Sie richtig interpretiert. Diese Liste habe ich mitgebracht. Wenn gewünscht wird, dass ich die vorlese, dann tue ich das gerne. Das sind 23 insgesamt. Da hätten wir zunächst im Bereich der Primarstufe, also Grundschule, in der Grund- und Hauptschule 4, Grund- und Hauptschule mit Förderstufe 2, Grund-, Haupt- und Realschule 23, Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe 8, Reine-Grundschule 258, Grundschule mit Förderstufe 5, Integrierte Gesamtschule 2, also wohlgemerkt nur die Primarstufe, Kooperative Gesamtschule 4, Schule für Lernhilfe 1. Im Bereich der Sekundarstufe 1 haben wir in der Grund- und Hauptschule 14, Grund- und Hauptschule mit Förderstufe 1, Grund-, Haupt- und Realschule 32, Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe 24, Gymnasium 29, Haupt- und Realschule 71, Haupt- und Realschule mit Förderstufe 36, Haupt- und Realschule 14, Integrierte Gesamtschule 156, Kooperative Gesamtschule 161, Mittelstufengymnasium 1, Realschule 21, Schule für Lernhilfe 14, und dann noch im Bereich der Sekundarstufe 2, eine gymnasiale Oberstufenschule. Das ist der Bereich der allgemeinbildenden Schulen und die beruflichen Schulen, die 354 in TR-Lerngruppen, kann man da natürlich nicht näher untergliedern, weil die beruflichen Schulen ja immer alle Schultypen oder jedenfalls sehr viele davon unter einem Dach vereinen. Zusatzfrage, Herr Abg. Degen. Ich darf mich zunächst bedanken. Das war genau die Zahl, die ich gerne wollte. Ich wollte meine Tabelle hier fortschreiben. Ich würde gerne noch eine Ergänzungsfrage stellen, und zwar, Herr Kultusminister, können Sie sich erklären, wie es der Hansestadt Hamburg gelingt, diese Intensivklassen auf alle Schulformen gleichmäßig zu verteilen? Und im Gegensatz dazu, in Hessen jetzt alleine am Gymnasium relativ wenige dieser Intensivklassen sind? Herr Kultusminister. Herr Abg. Degen, was Sie ansprechen, insbesondere natürlich die Verteilung zwischen den Gymnasien und den schulformübergreifenden Schultypen, also integrierten, kooperativen Gesamtschulen, beruht einfach auf der Überlegung, dass ja nach der Intensivsprachförderung die Kinder und Jugendlichen von den Intensivklassen in den Regelunterricht wechseln sollen. Und da sollen sie natürlich möglichst an der Schule verbleiben, an der sie auch schon die Intensivklasse besucht haben. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das möglich ist, ist einfach an der Gesamtschule sehr viel größer, weil es da egal ist, für welchen Bildungsgang sie sich im Anschluss an die Intensivklasse als geeigneter weisen, weil eben die Gesamtschule per Definition alle Bildungsgänge unter einem Dach anbietet. Das ist bei Schulen, die nur einen Bildungsgang anbieten, wie etwa dem Gymnasium, aber natürlich gilt das genauso auch für die Realschule und andere Schulformen, die nicht alle drei Bildungsgänge anbieten, nicht der Fall. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schulwechsel beim Übergang vom Intensivsprachunterricht in den Regelunterricht notwendig wird, ist dann wesentlich größer. Und das ist zunächst einmal eine, jedenfalls keine erwünschte Konsequenz. Dass das in Hamburg besser gelingt, hat einfach damit zu tun, dass Hamburg ein Stadtstaat ist. Und dass die zurückzulegenden Entfernungen, selbst wenn sie irgendwie von Harburg nach Altona ein Kind quasi schicken müssen beim Übergang in den Regelunterricht, natürlich wesentlich geringer sind, als wenn sie das zwischen Bad Karlshafen und Bensheim vornehmen müssen. Nächste Frage ist die Frage 567. Herr Abg. Warnecke. Dankeschön. Ich frage die Landesregierung, gibt es einen besonderen Grund, warum die herausragenden Freilichttheaterfestspiele Deutschlands, die vom 24. Juni, also bereits begonnen, bis zum 28. August in Bad Hersfeld dargeboten und mit einer Summe von 770.000 Euro landesseitig gefördert werden, nicht in das Programmbuch 1946 bis 2016, 70 Jahre Hessen, feiern Sie mit, aufgenommen worden sind. Herr Staatsminister Windermeyer. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Warnecke, die Hessische Landesregierung hat angesichts des Jubiläums 70 Jahre Hessen eine Programmbroschüre aufgelegt, die die bunte, fröhliche Vielfalt unseres Landes zeigen soll. Sie spiegelt mit rund 70 Veranstaltern, die sich gemeldet haben, eine breite Palette unterschiedlichen Genres, nämlich Theater, Museen, Volksfeste, Vorträge und vieles mehr. Eine solche Vielfalt kann nur durch die Unterstützung der Veranstalter selbst gelingen. Um möglichst viele Veranstalter zu erreichen, wurden auf Einladung der hessischen Staatskanzlei zwei vorlaufende Gesprächsrunden mit sehr großer Beteiligung aus ganz Hessen durchgeführt. Aus dem Kreis der Teilnehmer heraus wurden zahlreiche weitere Verteiler erreicht. Eingeladen waren auch die kommunalen Spitzenverbände, die Landkreise und auch die Stadt Bad Hersfeld. So wurden über den hessischen Städte- und Gemeindebund sämtliche Mitgliedskommunen angeschrieben und auch die Hessen-Agentur informierte über ihren Tourismusverteiler über die Möglichkeit, die eigene Veranstaltung der jeweiligen Stadt oder Gemeinde in dem Programmheft kostenlos bewerben zu können. Das Ergebnis waren rund 150 gemeldete Veranstaltungen bis zum Ende des Redaktionsschlusses, die auch dann aufgenommen worden sind. Herr Abg. Warnecke, eine Meldung der Bad Hersfelder Festspiele wäre ohne Frage einer Bereicherung für das Heft gewesen. Bedauerlicherweise erfolgte von dort eine Mitteilung zur Aufnahme in das Programmheft nicht. Gleichwohl werden die Hersfelder Festspiele im Rahmen des Online-Veranstaltungskalenders, der auch ordentlich nachgefragt wird, beworben werden, sowie jede weitere passende Veranstaltung, die uns noch gemeldet wird. Ich rufe die Frage 568 auf. Herr Abg. Franz. Ich frage die Landesregierung. Welche Gründe haben Sie bewogen, die Einrichtung eines angekündigten Standortes des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge BAMF in Rotenburg mit ca. 30 Dienstposten nicht weiter zu verfolgen? Herr Minister für Soziales und Integration. Herr Abgeordneter, ich möchte ausdrücklich betonen und richtigstellen, dass sich die hessische Landesregierung zu keiner Zeit gegen die Einrichtung einer Außenstelle des BAMF in Rotenburg an der Fulda ausgesprochen hat. Somit lagen der Landesregierung auch keine Gründe vor, die gegen die Errichtung einer BAMF-Außenstelle in Rotenburg sprechen würden. Die Landesregierung stand von Beginn an hinter dem Standort Rotenburg als BAMF-Standort, weil sie entsprechend auf landesrechtlicher Ebene in der dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz vom 23. November 2015 geregelt hat. Diese Verordnung regelt Rotenburg als Erstaufnahmestelle, nicht Außenstelle, sondern als Erstaufnahmestelle. Auch eine entsprechende Nutzung der Liegenschaft wurde seitens der Landesregierung seit Frühjahr letzten Jahres durchgängig verfolgt. Die Forderung der hessischen Landesregierung an allen vier Standorten, sprich in Gießen, in Büdingen, in Neustadt und Rotenburg-BAMF-Außenstellen zu installieren, wurden unsererseits seit Beginn des Prozesses im Frühjahr letzten Jahres mehrfach gegenüber dem BAMF verdeutlicht und eingebracht. Umso verwunderlicher war die Aussage eines Mitarbeiters des BAMF, dass in Gesprächen mit der hessischen Landesregierung davon Abstand genommen wird. Von Seiten der hessischen Landesregierung haben solche Gespräche nicht stattgefunden. Eine entsprechende Korrektur der Auffassung ist auch in einem Protokoll einer Bund-Länder-Besprechung in Berlin festgehalten. Seitens des BAMF wurden sowohl in den Bund-Länder-Konferenzen als auch in den bilateralen Gesprächen allerdings zunehmend verdeutlicht, dass sie in § 5 Absatz 2 Asylgesetz enthaltene Sollvorschrift, das heißt BAMF-Außenstellen bei Aufnahmeeinrichtungen mit mehr als 500 Plätzen nicht mehr zu halten sei, nach Auffassung des BAMF. Und in der Folge hat das BAMF seine Bearbeitungsstrategie diametral geändert und beginnend mit dem sogenannten Heidelberger-Modell von den Ländern den Aufbau von Ankunftszentren eingefordert. Es wurde in alleiniger Entscheidung des BAMF ein Personalschlüssel für die Bundesländer festgelegt, in dessen Konsequenz neben dem Ankunftszentrum Gießen lediglich noch die beiden Aufnahmeeinrichtungen in Neustadt bzw. Bödingen BAMF-Außenstellen erhalten konnten. Zusatzfrage, Herr Abg. Franz. Herr Minister, Sie haben ja korrigiert, weil ich ja auf dieses Schreiben des stellvertretenden Leiters des BAMF, Herrn Dr. Thiel, rekrutiert habe, dass eine solche Bemühung des Landes Hessen in dieser Richtung nicht erfolgt ist. Das ist also eine Falschaussage in diesem Brief. Meine Frage geht nur noch einmal dahin, wann wurde die Stadt Rotenburg von der Landesregierung oder dem BAMF über diese geänderte Struktur informiert? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, in der Tat, ich betone nur noch einmal, das ist ausdrücklich korrigiert worden. Nachdem wir Kenntnis von diesem Schreiben von Herrn Dr. Thiel bekommen haben, hat Herr Staatssekretär Dr. Dippel auch umgehend Kontakt mit Herrn Dr. Thiel aufgenommen, um dieses noch einmal persönlich mitzuteilen. Die geänderte Strategie des BAMF durch Bund-Länder-Konferenzen sind meines Erachtens zeitnah dann anschließend auch der Stadt Rotenburg mitgeteilt worden. Das Datum genau kann ich Ihnen nicht sagen, aber dass das BAMF seine Strategie geändert hat, ist zumindest mitgeteilt worden. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, in welchem Monat das jetzt geschehen ist. Aber wir sind immer in Gesprächen auch mit dem Bürgermeister vor Ort über unterschiedliche Sachverhalte. Sicherlich ist das da auch verdeutlicht worden. Allerdings auch mit unserem Ärger, um das sehr deutlich zu sagen, weil wir haben zum damaligen Zeitpunkt ganz bewusst eben die Außenstellen gegründet, um entsprechend auch eine, auch dort Dienstposten zu haben. Und ich habe extra in der Vorbereitung noch einmal nachgeschaut in dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in dem integrierten Flüchtlingsmanagement. Stand 15.12.2015 ist auch noch Rotenburg als geplanter BAMF-Außenstandort mit drin. Und erst durch das Heidelberger Modell hat eine andere Entscheidungsfindung beim BAMF stattgefunden. Dann rufe ich jetzt auf die Frage 569, Herr Abg. Quanz. Ich frage die Landesregierung. Welche Gründe sind dafür verantwortlich, dass bundesweit die Kultusminister der einzelnen Länder offensichtlich verhindern, dass Ländervergleiche in der Bildungspolitik weiterhin stattfinden? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Quanz, es kann keine Rede davon sein, dass die Kultusminister der Länder Ländervergleiche in der Bildungspolitik aktuell oder zukünftig verhindern. Die Kultusminister der Länder lassen ganz im Gegenteil seit Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Leistungen der Schulsysteme der Länder umfangreich und regelmäßig überprüfen und vergleichen. Allein in diesem Jahr werden im Juni der Nationale Bildungsbericht, also der Juni ist eigentlich schon vorbei, der ist auch schon vorgestellt, also wurde im Juni der Nationale Bildungsbericht und wird im Oktober der Ländervergleich des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen für die Sekundarstufen I in Deutsch, Englisch und Französisch erscheinen. Im kommenden Jahr wird der Ländervergleich für die Grundschulen veröffentlicht werden, der zurzeit durchgeführt wird. Mit der überarbeiteten Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring vom 11.06.2015 hat die Kultusministerkonferenz ihre diesbezüglichen Aktivitäten klar definiert und ihr bisheriges Engagement bestätigt und für die Zukunft abgesichert. Seit der sogenannten empirischen Wende in der Bildungsforschung sind auch mit Unterstützung der Länder die Bestände an Bildungsdaten enorm gewachsen. Die Daten werden in sehr unterschiedlichen Formen, zum Beispiel in großen nationalen wie internationalen Bildungsstudien wie IQB-Ländervergleichen, PISA, TIMSS und IGLU, aber auch in anderen Formaten erhoben. Sie werden auf unterschiedlichen Wegen publiziert, zum Beispiel im Rahmen international abgestimmter Veröffentlichungen, etwa bei PISA, aber auch in Publikationen der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, den statistischen Schriftenreihen der Kultusministerkonferenz, dem Bildungsbericht, weiteren Länderbildungsberichten und regionalen Bildungsberichten, dem Bildungsfinanzbericht, wissenschaftlichen Publikationen und vieles mehr. Alle diese Daten sind zugänglich und für Forschungszwecke nutzbar und viele wissenschaftliche Einrichtungen und Forschende arbeiten auch mit diesen Daten und unterstützen so die Weiterentwicklung des Bildungswesens. Zusatzfrage, Herr Abg. Wanz. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, würde ich gerne aus dem Handelsblatt vom 11.05. kurz zitieren, und zwar den renommierten Dortmunder Schulforscher Wilfried Boos. Ich zitiere, es ist manchen Politikern vielleicht peinlich, wenn ihr Bundesland auf dem Niveau von Mexiko landet. Ein Teil der Länder hat offenbar kein Interesse daran, von Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit vorgeführt zu werden. Wie kompensieren Sie das? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Quanz, zumindest für das Land Hessen trifft diese Aussage definitiv nicht zu. Augenblick mal, Herr Abgeordneter Quanz, bitte. Da können wir durchaus gemeinsam sicher sein, dass Hessen da besser abschneidet, ist auch gut so. Aber ich lasse nicht locker, ich darf noch einmal, Herr Präsident, aus dem Handelsblatt zitieren, und zwar diesmal Marcel Helbig, der im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung tätig ist. Er sagt, keiner weiß, woran es liegt, dass die Schüler in Bremen oder Hamburg so viel schlechter sind als jene in Bayern oder Baden-Württemberg, also ein bildungspolitischer Blindflug findet statt. Das sind noch massive Kritiken. Können Sie dazu noch einmal etwas sagen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Quanz, das ist in der Tat eine Frage, die wir mittlerweile regelmäßig, auch auf entsprechenden großen Foren, mit der empirischen Bildungsforschung von Seiten der Kultusministerkonferenz erörtern. Und die Herausforderung besteht darin, von der Ebene der Diagnostik zur Ebene sozusagen der Verhaltensratschläge zu kommen. Das heißt, die empirische Bildungsforschung ist sehr weit dahingehend entwickelt, dass wir Bestandsaufnahmen machen können, dass wir also schon sehen können, wo sozusagen wünschenswerte Stände erreicht sind, wo eventuell Defizite bestehen. Nur die Gründe für diese Defizite zu benennen und gar etwa Handlungsstrategien zu ihrer Überwindung zu formulieren, damit tut sich die empirische Bildungsforschung nach wie vor sehr schwer. Und deswegen ist das sozusagen ein Rätsel, an dessen Lösung wir von Seiten Politik und Wissenschaft gemeinsam nach wie vor arbeiten. Frage 572, Ich frage die Landesregierung, wie es geplant, ab dem Schuljahr 2016-2017 die Schulinspektion fortzuführen. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Yüksel, die Schulinspektion, künftig soll sie Schulevaluation heißen, soll sich ab dem Schuljahr 2016-2017 auf zwei Arbeitsfelder konzentrieren. Erstens auf eine begleitende interne Evaluation, das heißt eine Evaluation, die durch die Schule verantwortet und durchgeführt wird. Diese soll Unterstützung erhalten durch nachfrageorientierte, passgenaue Angebote des Dezernats 1.3 der Hessischen Lehrkräfteakademie zur systematischen Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht. Es wird verbindliche Kooperationsbeziehungen mit der Schulaufsicht geben. Das Angebot umfasst eine datenbegründete Schulentwicklungsberatung, die an die Fragen der Schule anschließt und Mittel der internen Evaluation als verbindliche Bestandteile zur Sicherung und Steuerung der Prozesse implementiert. Den Schulen wird eine Plattform zur Verfügung gestellt, die Zugriff auf eine Vielzahl von Erhebungsinstrumenten zur Durchführung interner Evaluationen ermöglicht und anschauliche Auswertungen vorsieht. Darüber hinaus erhält die Schule Unterstützung bei der Datenerhebung, Auswertung, Interpretation vorhandener Daten und vor allem Beratung. Zweitens soll es eine externe Evaluation auf Abruf geben. Das bedeutet eine Evaluation, die entweder durch die Schulaufsicht, durch die Schulleitung oder durch die Schulkonferenz veranlasst werden kann. Die externe Evaluation, das ist quasi der unmittelbare Nachfolger der bisherigen Schulinspektion, versteht sich dabei künftig noch stärker als Dienstleistung für die Schule, um eine kritische, fundierte Rückmeldung zu konkreten schulischen Fragen zu erhalten. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, ist damit zu rechnen, dass die bisher der Schulinspektion zur Verfügung stehenden Stellen im gleichen Maße für die Schulevaluation auch zur Verfügung stehen werden? Oder werden das möglicherweise weniger Stellen sein? Herr Kultusminister, Prof. Dr. Lahr. Herr Abgeordneter Degen, diese Frage kann ich Ihnen aus dem Stand nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen versichern, die Entwicklung dieses Modells ist ausschließlich auf die Bedarfe der Schulen ausgerichtet. Und es handelt sich nicht um ein Stellensparmodell. Dann rufe ich auf die Frage 573, Herr Abgeordneter Dr. Hahn. Herr Rentsch, bitte schön, Sie vertreten ihn. So ist es, Herr Präsident. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, zu welchen Ergebnissen ist sie bei der von ihr angekündigten Überprüfung der gesetzlichen Regelung beziehungsweise Erlasse zum sogenannten Kopftuchverbot an hessischen Schulen gekommen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Rentsch, das hessische Kultusministerium hat bereits mit Erlass vom 4. September 2015 auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Januar 2015 unter dem Aktenzeichen 1 BVR 471 aus 10 reagiert. Dadurch wurde für die praktische Anwendung entsprechend Klarheit geschaffen. Darüber hinaus sind die fachlichen und juristischen Prüfungen für eine Schulgesetznovelle durch das Kultusministerium noch nicht abgeschlossen. Sobald dies erfolgt ist, wird ein Gesetzentwurf vorgelegt, der dann in ein Anhörungsverfahren geht. Die Frage nach einer Änderung von § 86 des hessischen Schulgesetzes wird dabei hinreichend beantwortet werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Greilich. Dann kommt der Kollege Röttemar. Vielen Dank. Herr Minister, Sie haben uns mehr oder weniger die gleiche Antwort schon am 10. September 2015 im Schulausschuss gegeben. Mittlerweile ist wieder ein Dreivierteljahr vergangen. Die Schulleitungen haben bis heute keine Hinweise bekommen über den Erlass hinaus, wie sie im Einzelfall tatsächlich verfahren sollen. Wie lange gedenken Sie, die Prüfung denn noch voranzutreiben? Herr Kultusminister, Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Greilich, die in dem Erlass gegebenen Hinweise sind jedenfalls von der rechtlichen Seite her vollkommen ausreichend. Zusatzfrage, Herr Kollege Rentsch. Herr Staatsminister, ich möchte noch einmal fragen, jetzt haben wir eine formale Diskussion geführt, wie es inhaltlich steht bei dem Thema. Wo tendiert denn die Landesregierung hin, wenn ich das so offen fragen darf? Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Wird es bei der Erlasslage vom Content, vom materiellen Gehalt so bleiben? Oder wird die Landesregierung bei diesem Thema eine Ausweitung vornehmen? Herr Kultusminister, Prof. Dr. Lorz. Herr Kollege Rentsch, diese Frage ist durch das Bundesverfassungsgericht ziemlich detailliert beantwortet worden. Und es steht auch mir als Landesminister nicht an, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in irgendeiner Form zu modifizieren oder zu hinterfragen. Und die letzte Zusatzfrage, Kollege Merz. Herr Minister, sind denn seit Inkrafttreten oder seit Veröffentlichung Ihres Erlasses Einzelfälle aufgetreten, in denen Lehrkräfte mit Kopftuch an Schulen beschäftigt werden wollen? Und sind insbesondere Fälle aufgetreten, in denen sich die Schulgemeinde oder Teile der Schulgemeinde auf die berühmte Störung des Schulfriedens berufen haben? Herr Staatsminister, Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Merz, zumindest ein Fall, in dem es zu einer Störung des Schulfriedens mit daraus möglicherweise zu ziehenden Konsequenzen gekommen ist, ist mir nicht bekannt. Ich rufe auf die Frage 574. Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, was unternimmt sie, um die Zusagen des Bundes zur Verbesserung der Katastrophenschutzausstattung in Hessen einzufordern? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, Bund und Länder haben sich im Jahr 2007 im Zuge der Umsetzung der neuen Strategien zum Schutz der Bevölkerung auf ein Ausstattungskonzept des Bundes geeinigt, im Rahmen dessen der Bund zugesagt hat, jährlich rund 57 Millionen Euro für Zivilschutzausstattung, investive Mittel für Fahrzeuge und konsumtive Mittel für die Unterhaltung bereitzustellen. Die Länder haben sich ihrerseits verpflichtet, die durch den teilweise Rückzug des Bundes entstandenen Ausstattungslücken zu schließen. Das Land Hessen hat seine Hausaufgaben gemacht und im Rahmen der Ausstattungsoffensive im Katastrophenschutz seit dem Jahr 2008 über 40 Millionen Euro in den Katastrophenschutz investiert. Die Zahl der Landesfahrzeuge wurde von 278 auf 635 mehr als verdoppelt. Die Helferinnen und Helfer verfügen heute über die umfassendste und modernste Ausstattung in der Geschichte des hessischen Katastrophenschutzes. Leider weist das Hausaufgabenheft des Bundes eine Vielzahl tadelnder Einträge auf, weil es zwar zwischenzeitlich den Ländern eine Vielzahl modernster Fahrzeuge bereitgestellt hat, insgesamt jedoch die gegebene Ausstattungszusage bei Weitem noch nicht eingehalten hat. So wurden beispielsweise im letzten Jahr anstatt der zugesagten 57 Millionen Euro lediglich 48,3 Millionen Euro bereitgestellt. Auch in den Jahren zuvor lagen die bereitgestellten Mittel deutlich unter der Zusage. Das Land Hessen hat dies zum Anlass genommen, auf vielfältigste Weise beim Bund zu intervenieren. Neben einer Vielzahl von Interventionen auf Arbeitsebene haben Staatssekretär Koch und ich unsere Kollegen im BMI auf diesen Missstand hingewiesen und um dringliche Abhilfe gebeten. Staatssekretär Koch und der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Ackermann haben sich hierzu zu einem Krisengespräch mit dem Präsidenten des BBK getroffen, um diesem die Wichtigkeit einer modernen und vor allem auch vollständigen Bundesausstattung im Bereich der Ergänzungskomponente Brandschutz für die hessischen Feuerwehren zu verdeutlichen. Hessen hat zudem im letzten Jahr die Innenministerkonferenz mit dem Thema befasst. Die Länder haben daraufhin dem Bund sehr deutlich gemacht, dass er nicht aus seiner Verantwortung gerade auch für den ergänzenden Zivilschutz entlassen werden kann und insbesondere die Bestandslücken im Bereich der Ergänzungskomponente Brandschutz endlich zu schließen hat. Diese ganzen Bemühungen haben unter anderem dazu geführt, dass der Bund im Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsansatz für die Zivilausstattung um rund 5 Millionen auf nunmehr 53,5 Millionen Euro verstärkt, um die jeweiligen verstärkt hat. Und auch wenn damit die ursprüngliche Zusage von 57 Millionen Euro jährlich noch nicht vollständig eingehalten wird, so zeigt es doch aus meiner Sicht, dass der Bund die Kritik aus den Ländern verstanden hat. Auf der letzten Innenministerkonferenz sind die Länder darüber übereingekommen, dass dem Bund auf der Basis dieses Mittelansatzes die Chance gegeben werden soll, seine Ausstattungszusagen zu realisieren. Dabei waren sich die Länder aber auch ebenfalls einig, dass bei einer grundlegend geänderten Gefährdungslage weitere Anpassungen des Mittelansatzes nach oben erforderlich werden können. Für Hessen bedeutet dies nach Mitteilung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt acht Bundesfahrzeuge, SWKAT-S sind Schlauchwagenkatastrophenschutz, von denen fünf bereits an hessische Feuerwehren ausgeliefert wurden und im nächsten Jahr voraussichtlich sechs Bundesfahrzeuge, LFKAT-S, erhalten werden. Das Land wird auch weiterhin sehr genau darauf achten, dass der Bund den Helferinnen und Helfern in Hessen die zugesagte Zivilschutzausstattung bereitstellt. Es kann nicht sein, dass der Bund sich auf den Anstrengungen der Länder ausruht und sich aufgrund der vorbildlichen Landesausstattung im hessischen Katastrophenschutz eigene Aufwendungen ersparen will. Das werden wir dem Bund bei aller Freundschaft auch zukünftig nicht durchgehen lassen. Ich rufe auf die Frage 575. Entschuldigung, Herr Kollege Greilich. Ich frage die Landesregierung. Wie weit ist die Umsetzung der angekündigten Neuerrichtung der Landesjugendfeuerwehrschule in Marburg-Kappel gediehen? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter Greilich, der Neubau des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums soll gemeinsam mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Marburg-Kappel auf dem jetzigen Grundstück erfolgen. Um Planungsideen und Entwurfsvarianten finden zu können, wurde ein sogenannter Realisierungswettbewerb unter Federführung der Universitätsstadt Marburg mit Beteiligung des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen durchgeführt. Momentan befindet man sich im Vergabeverfahren vor der Vergabekammer aufgrund eines Einspruchs eines Bewerbers. Der ursprünglich für Ende Juni 2016 anberaumte Termin vor der Vergabekammer ist wegen einer gewährten Fristverlängerung für die Einreichung der Klagebegründung verschoben worden. Damit sind wir aber noch nahezu im Zeitplan. Zurzeit ist lediglich eine Verzögerung von etwa zwei Monaten zu erwarten. Nächste Frage ist die Frage... Herr Kollege Greilich. Ich möchte nachfragen, ob sich das Verfahren vor der Vergabekammer schon um Bauleistungen handelt oder ob es noch um die Planungsleistungen geht in dem Verfahren, weil das ja was mit der Frage des Sachstandes zu tun hat. Wenn Sie erlauben, Herr Präsident, sonst melde ich mich gleich noch einmal, würde ich gerne nachhaken, ob es zutrifft, dass die Stadt Marburg angedeutet hat, sich aus dem gemeinsamen Projekt verabschieden zu wollen. Herr Innenminister Beuth. Das Vergabekammerverfahren geht um den Realisierungswettbewerb. Wir haben anlässlich des am 19. April 2016 stattgefundenen Verhandlungsverfahrens zur Vergabe der Projektsteuerungsleistung für den Neubau. Für den Neubau teilte die Universitätsstadt Marburg mit, dass ein Verfahren vor der Vergabekammer wegen einer Rüge des unterlegenen Architekten erfolgte. Es geht also um die entsprechenden Architektenleistungen. Zu der Frage Terminanberaumung habe ich eben etwas erklärt. Ich bin mir mit dem Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg einig, dass das Bauprojekt wie vereinbart weiterverfolgt werden soll. Er hat uns mit Datum vom 17. Juni, glaube ich, kann ich hier nicht genau, ist bei uns eingegangen, am 22. Juni mitgeteilt, lediglich, dass der Ansatz von 1,5 Millionen im Haushaltsplan 2016, die die Stadt Marburg für das Bauprojekt vorgesehen hat, in Verpflichtungsermächtigungen aufgrund der Haushaltssituation umgewandelt werden kann, aber, dass gleichwohl die entsprechenden Aufträge vergeben werden könnten, so wie wir das Vergabekammerverfahren abgeschlossen haben. Ich rufe auf die Frage 576, Herr Abg. Rentsch. Herr Präsident, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, plant sie eine Anpassung der Vergütung für die Leitung von Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes an hessischen Gerichten. Frau Staatsministerin Künne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Abg. Rentsch, ja, die Landesregierung beabsichtigt auf meinen Vorschlag eine Erhöhung der Vergütung für die Leiterinnen und Leiter von Arbeitsgemeinschaften für die Rechtsreferendare. Und ich will feststellen, dass es schon erstaunlich ist, dass in den letzten Jahren auch von meinen Vorgängern keine Initiative gestartet worden ist, eine Erhöhung vorzunehmen, auch nicht in der letzten Legislaturperiode, zumal die Vergütung der Leitung von Arbeitsgemeinschaften seit dem Jahr 2001, also seit 15 Jahren, nicht mehr erhöht worden ist und wir unter dem Bundesdurchschnitt seit Jahren liegen. Deshalb wollen wir die Arbeitsgemeinschaftsleitervergütung jetzt spürbar erhöhen, und zwar von derzeit 20,45 Euro pro Unterrichtsstunde auf 25 Euro pro Unterrichtsstunde. Das entspricht einem Zuwachs von 22 Prozent. Sehr geehrter Herr Kollege Rentsch, Sie haben nur nach der Arbeitsleitervergütung gefragt, aber das ist zu kurz gegriffen bei dem Thema. Es geht nämlich auch um die Vergütung im juristischen Vorbereitungsdienst für Klausuren für Rechtsreferendare. Auch hier ist 2001 seitdem keine Erhöhung mehr erfolgt. Und deshalb wollen wir auch die Vergütung für die Korrektur von Klausuren erhöhen, nämlich von derzeit 7,15 Euro pro Klausur auf 8,75 Euro. Und mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit der geplanten Erhöhung der Vergütung für die Leitung von den Arbeitsgemeinschaften und für das Korrigieren von Klausuren ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für unsere AG-Leiter im juristischen Vorbereitungsdienst gesetzt werden. Mir kommt es auch darauf an, und das will ich hier sagen, mich zu bedanken bei all denjenigen, die in der Justiz und Anwaltschaft sich der juristischen Ausbildung widmen und sich da engagieren und dem juristischen Nachwuchs ein wenig von dem zurückgeben, was man selbst während der Ausbildung mitbekommen hat oder an der beruflichen Erfahrung sammeln konnte. Frau Kollegin Hofmann, Zusatzfrage? Knöpfchen, danke. Frau Justizministerin, Sie haben ja zu Recht die Entwicklung angesprochen. Seit 2001 ist dem Haus keine Erhöhung erfolgt, auch keine spürbare Erhöhung. Da können Sie auch dem Haus erklären, seit wann die CDU, nämlich Ihre Partei und Fraktion, Mitglied der Regierung hier im Land Hessen ist. Bitte teilen Sie das diesem Hause auch mit. Und auch, ob Sie denn davon aus... Frau Kollegin, es geht um Fragen, nicht um Aufforderungen. Also Sie fragen jetzt wahrscheinlich, ob Sie es mitteilen wollen. Danke. Kühner, Mann. Wie Sie wissen, Frau Kollegin Hofmann, ist das seit 1999 der Fall. Aber es hat bisher keiner es in die Hand genommen, weder von den Verantwortlichen noch sonst. Und jetzt wird es gemacht. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Herr Kollege Rentsch, eine Zusatzfrage, bitte. Frau Ministerin, wir sind ja dankbar. Vielleicht gibt es ja demnächst auch eine Regierungserklärung dazu. Aber ich glaube, um mal zu fragen, ist ja seit zweieinhalb Jahren, seitdem Sie im Amt sind, ein Thema. Ich kenne die Briefe. Wann planen Sie denn die genaue Umsetzung? Frau Justizministerin. Sehr geehrter Herr Kollege Rentsch, in dem Haushaltsplanentwurf wird das vorgeschlagen werden. Und es liegt dann an dem Haushaltsgesetzgeber, diesem Entwurf zuzustimmen. Alles klar. Gut, dann rufe ich jetzt auf die Frage 577. Was bezweckt Sie mit dem mit der Hessischen Verbraucherzentrale entwickelten Beratungsmodul Smartphones, Tablets und soziale Netzwerke? Frau Umweltministerin Hinz. Frau Abgeordnete Müller-Klepper. In dem Modul Smartphones, Tablets und soziale Netzwerke geht es um Themen wie Nutzungsbedingungen bei Apps, also bei mobilen Anwendungen für Mobiltelefone, Urheberrecht in sozialen Netzwerken sowie Schutz vor Kostenfallen und Phishing, also Versuche über gefälschte Webseiten an persönliche Daten Dritter zu gelangen. Nur wer weiß, wie er sich in sozialen Netzwerken verhalten muss und wo welche Gefahren lauern, kann bewusst und umsichtig agieren und so gefahrlos von den vielen Vorteilen im Internet profitieren. Deswegen hat das hessische Verbraucherschutzministerium das neue Modul im Projekt Alltagskompetenzen mit 4.000 Euro finanziell gefördert. Umgesetzt wird das Angebot von der Verbraucherzentrale Hessen. Das Modul Smartphones, Tablets und soziale Netzwerke soll dazu beitragen, dass vor allem junge Verbraucherinnen und Verbraucher und ihre Eltern nicht in Kostenfallen bei Smartphones und Tabletcomputern tappen. Dafür bietet die Verbraucherzentrale Hessen Schulen, Familienzentren und sonstigen Bildungseinrichtungen eine interaktive Ausstellung bzw. Vorträge an und sensibilisiert die Teilnehmenden für den Umgang mit ihren Daten und zeigt Handlungsmöglichkeiten zum Schutz vor Abzocke und Datenklau auf. Für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9 und junge Erwachsene gibt es ein interaktives Angebot, das es ermöglicht, die individuellen Erfahrungen der Jugendlichen aufzugreifen und daran anzuknüpfen. Das Angebot sieht bis zu sechs Stationen vor, die vorgestellt und gemeinsam bearbeitet werden können. Die Stationen sind abwechslungsreich durch Kleingruppenarbeit, Arbeitsblätter und viele Anschauungsmaterialien mit aktuellen Beispielen gestaltet. An zwei Stationen sind kurze Videos integriert, deren Inhalte weiter bearbeitet werden können. Es zeigt sich, dass die Veranstaltungen sehr stark nachgefragt werden. Ich selber habe eine solche Unterrichtseinheit besucht und war sehr beeindruckt, wie die jungen Leute sich auch damit beschäftigt haben und vor allen Dingen, welche Aha-Erlebnisse sie auch bei der Beschäftigung mit dem Thema hatten. Zusatzfrage, Frau Kollegin Feldmayer. Frau Ministerin, können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bisher erreicht worden sind mit den Modulen bzw. Workshops? Frau Staatsministerin Hinz. In nur zweieinhalb Monaten sind bereits 15 solche Unterrichtseinheiten gelaufen, in unterschiedlichen Schulen und 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es bei diesen Unterrichtseinheiten. Zwei Anfragen von Schulen konnten noch nicht entsprechend mit Unterrichtseinheiten beantwortet werden, aber die Ausstellung wird gegenwärtig überarbeitet. Ab Ende August in den Beratungsstellen Darmstadt, anschließend in Gießen zu sehen, und dann wird es weitere Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2016 in Schulen geben, aber auch in Beratungsstellen selber. Keine weiteren Zusatzfragen, dann beenden wir für heute die Fragestunde.